K-K-K-K-Color-Change Lucy, ich werde euch jetzt ganz bestimmt nicht ins Ohr spatzen Du bleibst bei deinem Nessie-Blau Und ich bleib bei Rot Rot ist meine Lieblingsfarbe Immer noch Tina ist immer rosa Kleines girly girl Oh, girl Du schaust hart heute Nacht Oh, danke Oh, interessanter Austausch Das Latias bzw. Latios Weiß ich nicht genau Wurde gegen einen Schlurp getauscht Das sieht man Das habe ich echt noch gar nicht gesehen Also Hut ab Wie sagt Sui so schön Das gibt Style-Punkte Da müsste ich Tausende davon kassieren Ich bleib in meinem lila-lichen Lila I think Mach das mal, Freeman Lucy Ja, Sabis Hamster heißt Nessie Richtig Willkommen zurück, Born Und übrigens HBK macht sich an Tina ran Wenn ihr wüsstet Ich habe übrigens eine Co-Kommentatorin Das ist Tina Sie wird mir so ein bisschen den Chat vorlesen Für alle, die das nicht wissen Und die vielleicht neu dazugekommen sind Oder so Also das ist denn die Stimme immer so ein bisschen im Hintergrund Denn ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf das Spiel Au Ah, Volltreffer Okay, ich dachte schon Natürlich ist es für dich jetzt immer irgendwie so ein bisschen zusammenhangslos Ja, minimal Yes Ich freue mich dann im Nachhinein Was habt ihr gegen Pink? Frankrissmacher Ich habe nichts gegen Pink Ich liebe Pink Ich habe auch ganz Pinkes Obertäne an Bei mir darfst du dich gern total auf den Chat konzentrieren, HBK Nee, 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 da sorge ich für Sabi Das war bei Also Platz jetzt ist die Frage Hast du nichts an Oder gehört das ich nichts woanders zu? Eventuell woanders Aber ich glaube einen Kommentator hätte ich vorhin eher gebrauchen können bei Smash Weil das ist ja doch ein Spiel, da muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren noch Ja Naja, aber Immerhin Wir machen das hier Wow Käpfel, so geht es mir auch Ich mag Pink Aber ich mag nicht rosa So, Baby rosa oder so Nee Born, ähm Jetzt ist gerade Pokémon dran Genau Du kannst ja privat irgendwie Smash spielen mit anderem Aber jetzt im Stream halt Nisch Naja, er hat halt gerade im Chat nachgefragt, ob jemand mit ihm denn aus dem Chat spielt wahrscheinlich Ja, schätze ich Juli, nicht wenn ich kommentiere Ich dachte Ich hab gerade erst gedacht Nicht wenn ich komm Nenn Tiere Und dann Okay Verzeihung Okay Und jetzt ist der Angriff von der Gegenseite Samenbomben Passend Ich bin mad, weil ich kein 3DS habe Oh, das tut mir leid, Apple Freezer Ich auch Serbrus der Zerstörung Komm mir hervor Das macht alles Sinn, wenn du es im Stream siehst, glaub mir Ja Aber anders geht es ja leider nicht, das ist es ja Ja, ich sag dir gar nicht Ich kann natürlich jetzt schnell mal nach Berlin fahren Ja, natürlich Und dann mich neben dich setzen und mitkommentieren Oh Gott, den Namen, den habe ich vorher gar nicht bemerkt, Freeman Oh Gott Oh Gott Und es ist noch nicht mal nach 22 Uhr, Mensch, Mensch Aber mein Chat ist ja, also mein Kanal ist ja auf P18 Jeder weiß, worauf er sich einstellt, wenn er da sagt Genehmigen, da rein zu gehen Ja, das stimmt Ja Aber ich habe mich eben auch gewundert, als ich es angemacht habe Ne, das habe ich schon lange Ich glaube, bei Walking Dead Season 2 Episode 1 habe ich das reingesetzt Und das ist schon lange her Das war irgendwann im Januar Und dann habe ich es nie wieder rausgenommen Okay Habe ich noch gar nicht gemerkt in der Zwischenzeit Ja, und von wegen, man könnte Hundemann immer nur opfern Ja, seht da mal Hat ein Briegeron gefällt, sozusagen Ja, Born darfst du Ich kann es auch sagen Ficken Muss ja mal gesagt werden Minderwertige Kinder anwesend Minderwertige Kinder Oh, oh, oh Spielt der Clash of Clans Ähm, das hier ist keine Spielebörse eigentlich, aber Ich spiel's nicht Ich auch nicht Ich weiß nicht mal, was das ist Irgendein Spiel fürs Handy, glaube ich Ah, okay Finsterraura Minderwertige Kinder Der einzige der Pokémon so tolle Namen geben darf, bin ich Jetzt will ich mal anmerken, Lucy Meine Pokémon, also mein Glomander heißt Tatze Und mein Pikachu heißt Steven Die anderen weiß ich gerade nicht mehr Und Ja, es hat sich jemand unglaublich aufgeregt, dass ich meinen Glomander Tatze genannt habe Oh, ein Shiny Felina Alter, sieht das creepy aus Guck dir einfach die Augen an Ja Ich hab gesagt, ich bin der Schlechteste Das hat, nein, das hat nichts damit zu tun Ähm Hattest du jetzt überhaupt EVDV Pokémon Wenn nicht, dann war das einfach von mir ziemlich gemein Weil ich hab EVDV trainierte Pokémon jetzt gehabt Grim Grim Das tut mir dann wirklich leid Ja, geht's schon mal das tut mir so hart ist das tut mir so hart ist Ich würde dann natürlich leid